Wir gehen trotzdem jetzt zum Janitor. Inaba Municipal Hospital Hallway. You busily cleaned the dark, silent hallways. You thought you heard something from down the hall. You decided to pretend not to heal it and continue cleaning. Du hast in der Zeit halt gelernt, keine Time Slots mehr zu wasten. Wow, Xan. Your courage has increased. Oh, da stehen doch noch Leute, ich bin doch gar nicht alleine. What do you want? If your shift is over, then go home. You can hear bits and pieces of the conversation between the doctor and the nurse. After petroling the empty room... Oh, are you listening? Oh, you're cute. You're the student who started working here today, right? Yep. I'll show you something fun the next time you're here. Ähm. 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 Miss, ich bin 16 oder 15 oder so. Wollen wir noch mal drüber reden, wie das mit dem Jailbait war und so? I'll see you again. You finished your job and went home. You earned 5.000 Yen from your work as a janitor on the hospital. I'm sure you're all feeling anxious knowing your homeroom teacher is diseased. We're just now sleeping and tomorrow we're going back again. Well, to be honest, us teachers are kind of afraid ourselves. We teachers are kind of afraid ourselves. The culprit is still on the loose. But there's no sense wasting time moaning about it. Let's get to work. Today we'll talk about Kobo Daishi or Kukai. First, look at this kanji. Hey, Hoisei-chan, isn't that a misprint in the textbook is supposed to be... What? Ich kann nie lesen. Haha, good eye, but no. This is the wrong kanji, but the book is supposed to print it this way. It's actually quoting, hm? An-chan, quit staring at the puppet and pay attention to the book. Which famous Heian-era monk famously used a wrong version of the kanji? Yep, that's right. It was Kukai. You were listening after all. Ach, Sono. Du faker, du. Du hörst nicht mal zu, wenn ich's vorlese. There's an old saying. Even Kobo made mistakes in writing. Kobo is another name for Kukai. And this was the mistake he made. This happened when he wrote the name Utenmon on the frame of the Uten gates in the city of Kyo. But it wasn't until after they put the frame up that he noticed that he missed the dot on top of the kanji character. Instead of taking the entire thing down to redo it, he added the dot by throwing his calligraphy brush at the gate. By the way, my wife made this doll for me by hand. Don't you think she did a great job making it look like me? You gave the correct answer. The usage has increased. My profession. Was? Keine Ahnung. Was ist deine profession? Geil. Die profession krieg ich auch hin. In pen and paper. Ach so. Moment dann. Profession. Ben. Can you come with me today if you have free time, no pressure or anything. See you later. Maybe you should hang out with Yosuke after school. Ja, dann haben wir ihn auf Level 10. Auf Rang 10. Bin dabei, Yosuke. Let's go. Da wir heute nicht viel tun werden, würde ich sagen, let's go Yosuke. Can I talk to you for a minute? There is something I want to say. Yosuke seems torment. Since you have Fu and Poe, your favorite version will come close as soon. We will spend time with Yosuke. Let's go Yosuke. Looks happy. Rang 10. Ich komme. Ich kann mir aber Notizen machen. Der kann's im Kopf behalten. Der ist einfach... Der ist einfach smart. Sono. Der kann's jetzt merken. Was ich mir an Notizen mache, merkt sich ja mein Charakter. Bei Megawa Riverbank. Yosuke brought you here. A solemn look on his face. Solem ist nachdenklicher, oder? There is something I wanted to tell you. Okay. Somewhere deep down. I didn't trust you. What? But why? No. It's more like... I was jealous of you. I thought you were like me. Seen wir doch auch. Coming from the city to the countryside. I thought you'd be bored out of your mind here. Weil du alle Bitches hast. Easy. Klaus auf den Toßen geplant, ne? Als schnell du hierher kamst, hast du deine Persona genannt, hast du unser Leiter, hast Menschen gesammelt. Du bist ein Heroin. Ja, und du hast mir dabei geholfen. Du warst der Erste, der da gejoint ist, den ich retten konnte. Ohne dich hätte es auch nicht geklappt, mate. I like you for that. And I'm proud of you. But I guess I was jealous at the same time. I didn't know. I didn't know it either. When I called you special, I thought some more about it. I think out of everyone, I wanted to be acknowledged by you the most. So, I want you to hit me. What? Give me a good one. Knock out all this crap inside of me. Wait, 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 wait. What? Was sind das jetzt? What? I want to be equal with you. I want us to stand shoulder to shoulder. Ja, das machen wir doch, aber deswegen muss ich doch keine verpassen. What the fuck? So, come on. Will Hidin Yosuke make you and him equal? Hey, warum... Äh? Du hast doch gar keine Schulden bei mir und... Äh? Äh? Ja. Mach ich das nur, wenn er mich vorher schlägt. But... I don't have a reason to... Ja, ich hab auch keinen Grund, dich zu schlagen. Was willst du von mir? Uh... I got it now. If we're equal, then... I guess you're right. Okay. Here I come. Take your best shot. You brought it out with Yosuke. But why? But why? Hey? Your punches are brutal. I was seeing stars there for a second. Alter, japanische Spiele sind einfach komplett weird. But thanks, man. I don't know how to say it, but... That sure beat words. Okay. You obtained Buddy's Bandage. If you start bleeding, put that on. You know, we should fight more often. We should fight more often. Phew... This guy is so high up. Is Saki-senpai watching us? Is she smiling at us? Senpai... I'm going to live. Without lying to myself. Without deceiving myself. Days like today. Days like before, when I did nothing. They're all important days. They're all days you didn't live to see. I'm going to live them here. Yosuke smiling gently. Level 10! Yosuke's strong will allowed him to accept and overcome his weakness. Has awakened his heart's true power. B-b-b-b-bam! Ooh! Yosuke's persona has been reborn! Das sieht schon deutlich krasser aus. Die Reihe hat Transfigured into Susanoo. Holy shit! This is my power? This is your power, Yosuke. The power to protect what's dear to me, huh? Just what I wanted. Let's keep at it, so we can live every day with a smile. Leader. Let's go! You can feel Yosuke's warm trust. You feel a tight bond between you and Yosuke. Max. Magician. Yosuke Hanamura. Rank up. Thou art I and I am Thou. Thou hast established a genuine bond. These genuine bonds shall be your eyes to see the truth. We bestow upon thee the ability to create Mada, the ultimate form of the Magician Arcana. Is this fusing or what? The Yosuke Hanamura Social Link has reached its maximum level. You have mastered this Yosuke Hanamura Social Link. Your power to create Persona as a Magician Arcana has reached its maximum. Ben Lion has forged a bond that cannot be broken. By mastering the Magician Social Link, you can now fuse Mada, the Intoxicator. Yosuke's growth of heart has affected his persona as well. Luzan Noor learned Evade Alec. This person I can't remember. Is weak gaining Alec. Triple evasion rate against electrical attacks. Silence 1495. Dead bones on Orphos. Is light wind damage to Orphos. Water ready restores. Make Orphos panic. This wind damage. Evade Alec. Mit einem passenden Accessoire. Ich glaube, der hat sogar ein Evade Alec Accessoire. Was ist denn die Frage, was ist jetzt? Light Wind damage, Nightify, Stat-Bonus on Orphos. Ich glaube, sowas brauche ich. Ich glaube, dann nehme ich Autosukukaya, glaube ich, eher wieder raus. Das heißt aber, ich kriege mehr Damage am Anfang. Also bei den einfachen. Oh, ich nehme halt den Silence raus. Und nehme einfach nur den Panic of Aller immer mit. Automat-Turukaya-Besternis für alle, oder was? Makajem. Tentarafu. Ich weiß nicht. Heilen will ich aber eigentlich auch noch. Der hat jetzt Diarama gekriegt extra dafür. Leider hat nur noch nichts gefunden, wo man das herbekommt. Also das gibt es vielleicht einfach nicht. Tsukukukaya at the start of the battle. Stat-Bonus on all foes. Warte, machen wir halt Nullifine über unsere Personas. Ich glaube, machen wir Nullifine über unsere Personas. Ich glaube, das ist auch nicht ganz so wichtig wie Silencen und Dinge sind. Die Welt? Alec has replayed SDK, ja. Und Level 14 in der Maga-Rula. Und Level 14 in der Maga-Rula. Jaaaay, du hast eine lange Zeit mit Josuke. Wir wollen eigentlich Essen machen, oder? Hospital. Du hättest gerne, dass ich im Hospital bin wegen der Dame, aber ich glaube, ich werde Essen machen. Surprisingly, you have the ingredients to make fried chicken. You decided to make fried chicken. You marinated the meat. What should you cover the chicken with? Also wir haben die Auswahl zwischen Mehl, Reismehl und Kartoffelstärke. Dann macht man aber kein Mehl auf mariniertes Hühnchen, oder? Ach nee, warte mal, wir wollen es ja frittieren. Ja, dann ist auf jeden Fall keine, dann würde ich auch sagen, Mehl. Oder? Ich würde sagen, zum Panieren, ach, eigentlich macht man es doch zum Panieren, ne? Da würde man halt eigentlich Semmelbrösel bei uns nehmen. Das ist aber Maisstärke, glaube ich, auch häufig, wo Semmelbrösel gemacht sind. Mehl, Eigelbrösel, ja, bei Wiener Schnitz zum Beispiel. Äh, genau. Aber wir haben sie quasi mariniert, was sozusagen unser Eigelb ist, aber Brösel haben wir halt nicht. Wir könnten aber, wenn wir Reisstärke nehmen, könnte das bröseliger sein. Wir nehmen mal Mehl. Reismehl nie und nimmer. Warum Reismehl nie und nimmer? Es gibt auch Chicken, die man nur in Mehl gibt, glaube ich. Okay. Warum nicht Reismehl? Was ist der Unterschied zwischen Reismehl und normalem Mehl? Weil das so feinkörnig ist, aber Mehl selber ist doch auch so feinkörnig. Also normales Mehl ist ja auch fein. Ja, aber wir hatten nichts grobkörniges. Obtain Soggy Fried Chicken. Okay, das war schon mal nicht perfekt. Das war... Das sollten wir, glaube ich, mit niemandem teilen. Warum ist... Warum... Kartoffelstärke... Moment. Kartoffelstärke ist doch nicht grobkörnig. Kartoffelstärke ist doch nicht grobkörnig. Das normale Backstärke ist Kartoffelstärke. Das ist super feinkörnig. Wenn wir jetzt irgendwie geraspelte Kartoffeln gehabt hätten. Ja. Auf jeden Fall. Aber das war alles dreist super feinkörnig. Wie soll ich das denn entscheiden? To eat lunch with someone. Like to invite for lunch. Nee, ich will lieber alleine essen mit dem was ich gemacht hab. To sell to eat alone. Das will ich niemanden andrehen. Alright, that's the lesson about the Mariana Islands. Let's take a breather and talk about something fun. The Mariana Islands are in the area of the ocean where Typhoons are born. There's a line on the map that Typhoons can never cross. Let's see, Benkoon. And you've blended into this class a little too well. Which line can a Typhoon never cross? Was? Ein Äquator, weil sich dort die Windrichtung ändert. International Dateline? The Prime Meridian. Also ich bin der Meinung der Äquator, weil es ist doch die Windrichtung auf der Südhalbkugel, und Nordhalbkugel sind entgegengesetzt. Und auch wie sich die Wirbelstürmer drehen, ist glaube ich ein Band of the Map. Deswegen sollte beim Überqueren des Äquators, sollte sich ein Wirbelsturm auflösen. Und Typhoon ist ja einfach nur ein anderes Wort für einen im Wasser entstandenen Wirbelsturm oder auf dem Wasser bewegenden Wirbelsturm. Deswegen würde ich sagen Äquator. Okay, the answer you think is correct. Yes, that's correct. I'm surprised you knew that one. Typhoons are moved by the global air current called atmospheric circulations. If one formed in the northern hemisphere, it moves north. If it formed in the south, it moves south. Oder das ist einfach die Erklärung. Dass die immer vom Äquator, der Wind weg vom Äquator weg geht. Und damit wird es niemals über den Äquator hinausgehen. Falsche Herleitung, richtiges Ergebnis. That's why a Typhoon can never cross the Äquator. Isn't that interesting? Make sure you tell your parents that I'm an interesting teacher, okay? Feedback like that affects my paycheck. Ahaha, just kidding. Let's continue the lesson. You gave the correct answer. Your knowledge has increased. Wie drehrichtung ist deswegen auch unterschiedlich. Die Frage ist nur so ein bisschen auch, was brauche ich denn für Resil für den Social Link? Okay, but it's just the right time. The test coming up covers a lot of subjects. I won't be able to study enough unless you help me. Study together. Yay, let's go. Let's study together. Yasugami High Library. You studied with Resil. I'll do my best to make you proud, Senpai. Please don't laugh at me, even if I get it wrong. By teaching Resil, you were able to review the material for yourself. Your knowledge has greatly increased. Since you had completely read the study model, you were able to study more efficiently. Your knowledge has increased. We need to read it again. I actually bought a book to read it. Welcome back. Welcome back. You can work as a janitor at a hospital. Ach, we don't have money. We're going to work. Hospital janitor. Let's go. Yes. Hospital janitor. Inaba Munich Hospital. Empty hospital room. You basically cleaned the recently vacated hospital room. Scary. You feel someone watching you. You decide to pretend not to notice and continue cleaning. Your courage has increased. Your courage has changed from brave to daring. Oh, is there someone else here? Nice work. Oh, it's you. The student worker. I see you're doing your job. I'm sorry. I haven't introduced myself. I'm Sayoko Uehara. Nice to meet you. The nurse seems kind. When you are done here, come on by the nurse station. I'll pour you some hot coffee. Just kidding. I hear you're a high schooler. Hmm. Your skin's so smooth. Hey. You know what I'm getting at, don't you? Don't worry. No one will see. If you insist. Oh, I'm kidding. Today at least. I like you. When's the next time you're coming? I adjust my shift. Looks like even a town like this has something fun to do. You can feel machievous affection coming from Sayoko. You feel a faint bond formed between yourself and Sayoko. Social link. Oh, that's right. This will be death or a gesture or something? He doesn't know. Though are nine. I am though. Though has established a new bond. It brings thee closer to the truth. Though shall be blessed when creating Person of the Devil Arcana. Uhuhu. Da war ich mit tot. Gar nicht so weit weg. Yes. Sie ist einfach bei der Teufel. Alles klar. He doesn't know. Now you have established a nurse social link of the Devil Arcana. You may earn XP bonus when choosing the Devil Arcana. I'll see you again. Doch, doch. Ich weiß schon. Es war schon klar. Aber ich wollte jetzt mal wissen, woher ihr reinkommst. You finished your job and went home. You earned five hundred yen from your work at the Genital Hospital. Ich wollte mal sehen, wo das rauskommt. Yo! Yo, Ben Kuhn, morning! Hey, that guy, the police are after. I wonder what he's like. How's the investigation going? I can't stop worrying about it. Speaking of worrying about things. We have tests coming up next week. Ich hab schon zweimal gelernt. Ja, entspann dich mal, Chie. But I can't study when I'm thinking about our investigation. I don't study anyway. Focus! I guess you're right. How am I supposed to argue with that? And that's our lesson on the Saxon Wars that Charlemagne brought about during the 8th and 9th centuries. Pick of Charlemagne, the king of hearts in a deck of cards is supposedly modeled after him. The king of hearts has a characteristic that the other kings don't. I want if any of you know what it is. Well, Ben, please stand up. Tell me what make the king of hearts look different from the other kings in a standard deck of cards. He has no moustache. He has an egg. He has a mouth open. He is looking to the right. Hell origen. Oh my, noowego. But I can't imagine it. The first time I'm not a cellar. Is there anything? Oh yes, no. Oh no, you can't know it. And the head is not often. You can't imagine it. We have a cellar. As you can imagine it. I'm a cellar. Haben die nicht alle irgendeinen Bart? Der hat natürlich keinen Schnurrbart. Vielleicht hat der keinen Schnurrbart, hat er nur einen Bart untenrum, so ein Backenbart. He's looking to the right. Das ist das, was mir am wenigsten auffällt, wahrscheinlich. Aber die gucken doch alle irgendwie so seitlich. Gucken alle anderen nach links und eher nach rechts? Ich hätte aber nicht die erste Antwort genommen, weil wenn du dich einfach nur durchklickst, das sind eigentlich die Tests, ob du dich einfach nur durcharst, glaube ich. Deswegen hätte ich gedacht, die erste Antwort ist dann, das wäre zu einfach. Und die war bis jetzt, glaube ich, schon zweimal richtig, die letzten zwei Male relativ gut richtig. Du hast die Antwort, die du denkst, ist korrekt. Oh, 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 that's not the correct answer, but I don't blame you for missing out on this little detail. The correct answer is that the King of Hearts or Suicide King does not have a mustache. Oh man, das hat wirklich einfach die erste Antwort. Back then, playing cards were made using the same method as books, By etching and engraving, it said a clerk's hand slipped, and the result mistake with his chisel shaved off the mustache. Is his? And the resulting mistake with his chisel shaved off the mustache. Since then, that design has become commonplace and so the King of Hearts is simply drawn without a mustache. Isn't this a great example of one small mistake making its way into history? You never know where those little doodles you make on your answer sheets will end up in the future. You gave the incorrect answer. Wieder keine extra... We have no choice, but we are going to one mistake. I think we are going to earn money again. That would be the best to fight. Yo, what are we doing today? And to the TV. Huh? I'm going in too? Yep. Teddy comes out again. So. We have Teddy and Reese later. Let's see if I'm coming. Why long faces? What's the matter? Cheer up, guys! Hey, Senpai! I'm sending a powerful shadow in the direction of the strip club. It reads the same as an ordinary shadow, so I don't think it's related to the incidents. But if you're bored, why not go defeated for fun? Send the shadow behind the door. Are you ready for it? Yes. Face the curtain and enter. Oh, God! Warum denn genau DER? Auf ner... Auf ner Striptease-Bühne. Hold it me down, Senpai. Show me your skills. Alter. Er bufft sich erstmal mit seinem Attack ab. Ich mach erstmal den Defense ab für uns alle, würd ich sagen. Wo wir hier irgendwelche Sachen machen. Ich hab nur noch einen Enem, um zu gehen. Hör auf! So... Panik, die ist im Winter. Menschen dürfen die, glaub ich, nicht paniken. Man dürfen die wahrscheinlich nicht paniken und nicht silenzen, was ein Boss ist. Test mal auch mal um den Wind nicht gut geht. Wind ist okay. Okay. Okay, wie sieht's mit Eis aus? Hier sind mal die... Oh, Eis ist Weakness. Oh, Eis. Allmighty Damage. Hier, wir kommen. So, und wie sieht's mit... Feuer aus? So persistent. No. Ist indignierend. Ich sollte... Hm, wir können mal Elektron noch probieren, aber ich glaub nicht, dass Elektron uns wirklich was bringt. Ne. Physiker noch nicht getestet, ne? Dann machen wir jetzt noch einen Physikalskill mit ihm. Oh, da kann man create hinterher. Das ist natürlich geil. Ich kann mir zwei eure Texte runde machen. Das ist natürlich geil. Aber hier kann man Eis machen, dann war da gefangen. Dann machen wir mal schauen. Und what? Ach, soviel dazu. Ah, und die Insta-Kills wollen wir eigentlich probieren, ne? Ach, shit, Mann. I couldn't do it. Deathbound. Oh, nice move, Yusuke Senpai. What? Wir nehmen auf Eis wechseln müssen. Du kannst du noch Eis. War nun zu einem, ne? Wer kann noch Eis von euch? Ist der Einzige, der wo Eis kann? Das sieht sehr noch aus. Das ist ja nur noch einer Eis kann. Und wir gehen aber Physiker. Leaf, Good Dawn, wir haben natürlich logischerweise kein Eis. Sati, kann auch kein Eis, auch Feuer. Oh, Marzio. Blackspot, Mipatra, Diamarecundan. Nope, ich hab nur einen, der Eis kann. Oh, hiermit nehmen wir sie. Ja, dann nehmen wir wohl sie. Wo wir praktisch eingefallen haben. Oder die extra Order-Attacks. Und wir gehen, wir gehen, wir gehen. Oh, da kommt noch ein Eis. 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 Die Nesbom noch hinterher. Du nehm ich. Finde ich gut. Das kann das. Das kann das. Ähm... Wir heilen mal kurz. Aber du musst leider attackieren. Okay, du darfst nicht heilen. Du musst die Attacks machen. Du kannst aber nichts machen. Du kannst ihm Firebreak geben. Aber der hat auch gar keine Fire Resistance. Ja. Ah, du kannst noch mal heilen. Das ist, glaub ich, ganz gut. Da wir jetzt grad ziemlich geschwächt wurden. Attack revertet. Sword drauf. Aua. Geht's noch? Du komisches Mini, Mini-Fuzzi-Baby-Gedings-Kiel. Feierabend runter. Alles klar. Bereit, du bist nicht zuhause! Ich glaub, es ist hackt. Ich glaub, es hackt. Ich glaub, es hackt. Du hattest die Enemies. Ich würd immer behaupten. Das ist so cool. Fans bewirrtet. Mein Defense abgeht langsam aus, ne? Ah, ich hab immer ein bisschen warten können mit dem Heilen. Was? Mach's erst vielen Attack ab. 95 Statements und O-Force. Sehr gut, direkt wieder rausnehmen. Die Defense, ja, die Defense gehen halt langsam raus. Ich glaub, hier krieg ich mehr Damage gerade. Irgendwie hat er irgendwie 65, 66 gekriegt. Äh, hier krieg ich mehr Damage. Wie es scheint. Das ist halt einfach ne Weile dauern. Wollen wir noch jemand heilen? Ne, ich glaub nicht. Entsprechend... Ja... Fire Damage. Der ist auch aus dem 8. Ach, ne? Das scheint mir nicht an Ergänz. Das ist großartig, Yukiko Senpai. Bleib auf! Yukiko heilt den Leuten, ne? Jetzt haben wir nämlich wieder Yosuke mit Heilung. Schöner HP-Management-Mini-Spürung. Das ist ziemlich hart Physikal, was er glaub ich macht. Races Party, Hit Evasion Rates, Restore, Elect Damage, Point of Wind Damage, Point of Fire Damage, Cast Mudon, Point of Nine Event Damage to all enemies. Eleg, 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 Eleg! Eleg, Eleg, Eis! Dryais, macht auch 50-500. Eiss damage, after all enemies... Okay. Eleg von Statt-Panchen. Eleg von Statt-Panternum, Eleg von Statt-Pantern echert es neben Anti-Pantern so heißen. Deleg von Statt-Pantern und Statt-Pantern Point of Fire Damage. Los geht's, Yosuke. Tuncons Up. Eleg von Statt-Pantern Assert. Können es da jemand spielt, dreimal und normalerweise. Ich denke das hält er wieder drei Runden, so. Jetzt musst du aber wieder mal den Yosuke hiren, sonst ist er doch viel zu weit übrig bei den Attacks, die wir hier rein kriegen. Ha, wir nehmen du Affe. Hier können wir nochmal einen All-Out-Attack. Ich bin halt in einer Runde irgendwie ohne damit Spaß dran, glaube ich, oder? Wie wird es mir denn in der Runde auch nicht sein? Ah, knapp. 150 bis zum 100. Das ist kind of okay. Und bei dem kriegen wir deutlich mehr, weil er direkt schon 50 mehr macht vom ursprünglichen Hits. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gerade heilen müssen, dann kannst du nochmal 100 Damage mit Feier machen. Mach dir mal wieder wie dein Attack-Up war. Ähm... Hast du einfach einen normalen Nulli-Five ein? Hm. Defense-Reduce finde ich eigentlich auch ganz geil. Und er ist auch stark gegen Physical, von daher würde ich nicht viel Physical Damage eigentlich kriegen. Hm, weil ihr das so viel bringt. Bringt's in den All-Out-Attacks was? Und doch, das bringt schon einiges. Es waren direkt 50 Damage mehr. Das waren direkt 50 Damage mehr. Da hab ich nicht allzu viel verloren. Und hier gibt's auch nochmal mehr Damage dafür. Ja. Es ist vorbei. So präzifisch! So präzifisch! Was wir hier machen wurden. Ach, man kill darf, würde ich sagen. Das gibt 100. Das haut ordentlich rein. Die Defense-Reduce-Reduce-Reduce-Reduce. Du krankst die Außenlge. Jawohl. Ihr kommt langsam ans Griff und Empfang. Kessa? Der irgendwie nicht herauskommt, ist so richtig. Zumindest bis jetzt nicht, wenn ich mir jetzt noch im Industrie. Übste Bam kommt. Oh, nein, ich kann mich nicht sterben. Yukiko Senpai braucht Hilfe! Ich hab resistiert. Könnte jemand dich nicht heilen, Yukiko-Senpai? Ein anderes Spiel! Ich bin der MVP! Mahama. Matador. Yes. Und Mahama. Sehr schön. So, können wir da reingehen. Willkommen in die Velvet Room. Ah, Matador und er hat Mahama. Du hast das Request geschafft. Wie eine schöne Persona. Auf einer Faszinierenden Dance. Performed by a true sportsman. Amazed, you are still young. But you hold such masculinity within your soul. I can feel my heartbeat faster. Thank you. I am strongly confident that you are the one I have been searching for. I want to see more of your soul. Margarets mein Stimmen, You became a little more intimidated with Margarets. So, Rank 3. Empress Weiß nicht, ob ich jemals eine Empress mache. Well then, für mein nächster Request. Bring me a Godon, that knows Rampage. If anyone can do this for me, it's you. Eili, wait your return. Rampage schon? Nee. Rampage habe ich noch nicht als Skillcater. Und ich glaube, mein Godon kann es logischerweise nicht, weil er es nicht lernen würde. So, warum ist jeder jetzt fertig? Oh, und sind sie noch Zeit, um zu schreien, jetzt? Never mind. Kann ich mit dir reden? Hm, well, thank you very much. It's because of you and the others, that I'm still alive. Hehehe. Oh, in hier kann ich auch zum Club gehen, okay. Und wir können ihn verlassen. Hm? Quit exploring, go back home, yes. Good work everyone, let's go back. Und ich glaube ich habe Teddies Stimme ganz gut getroffen. Ich glaube ich hab Teddies Stimme ganz gut getroffen. Willst du was machen? Nanako do as a shoot of the national chef. Virtua, right there. You feel the vision with Nanako has become... Yeah, here. Become closer with Nanako. Spend time with Nanako. Nanako looks happy. You decided to watch TV with Nanako. It's a documentary about a young man searching for his real father. Nanako is staring into the TV. Real father. What do they mean by real? Created to you by blood. A person you love a lot, always by your side. Created to you by blood. Not related. I don't get it. Nanako seems confused. Maybe I'm not real to him. That he doesn't come home because I'm not his real daughter? That's not true. You have me. Hmm. Nanako seems a bit relieved. Mommy. Mom. Where'd she leave me? When mom was still here we all went out together. We picked flowers at Samagawa. Nanako talked some about her memories. We understood Nanako's true feelings a little bit better. I'm not having a social rank 5 with Nanako. 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 Lojima's social link has reached level 5. Report with justice. Blah blah blah. Hey big bro. It's about Nanako's bedtime. What should you do? Talk with her. Put her to bed. Listen to her talk. Listen to her talk. You don't have enough understanding. Talk with her. Yay. Then let's play the word game. Nanako looks happy. Then we'll start with W from Word. W-W-W-Worm. You play the word game with Nanako. Goodnight. You're getting late so you put Nanako to bed and went to your own room. Oh, Sonntag wieder. F off. You wonder how the police investigation is progressing. All you can do now is wait for their results. What should you do today? You realize that you haven't bought anything from the shopping TV. Skipsen diesma. Shopping program. You hear an infectiously cheering song. Here comes Tanaka over the airwaves to you. Hello everyone. Welcome to Tanaka's Amazing Commodities. Grant off your desires. This is Tanaka's Amazing Commodities mail or television program being broadcast live to you. We guarantee your purchase will meet your satisfaction for a fair market price. Now, let's introduce the product available for these three days. It's purple suit times one. A shock deflecting suit. Oh my god, I can't believe it's wonderfulness. I'll add giant candy times two to your purple suit. All for the low price of only 20.000 yen. We've got another fantastic product on sale today. Diamond shield times two. Kiss your pantophobia goodbye. On top of this I'll add heavy soup times six to your diamond shield for only 8800 yen. This product is so popular that we can only allow one out per person. Oh, Ben-Kun, I don't see you here very often. Seems to be a free time. Since you have Ganga a personal priest, I can't you feel you can get closer. Da was a song. Will you spend a day with Yukiko? Spend time with Yukiko. Yes. Ok. Yukiko looks happy. Und der was zu trinken wollen. Samikama floodplanning. Yukiko handed you a homemade boxed lunch. Uuuuh. Um. It came out well, so I packed it up. Try it out. It looks normal. For some reason an unusual pungent smell hangs in the air. Irgendein schlechter Geruch. Did you taste it? No, I haven't. I wanted you to be the first to try it. Yukiko smiled innocently. It seems you have no choice but to eat it. You started with the omelette looking thing. It's actually soft. There's something too hard to bite on inside and it smells burned yet raw. You worry that your body will reject the foreign matter. You will finally able to swallow it. Bleh. You are not about to tell me how delicious that was, are you? Yukiko looks sad. That's always next time. Can I toss this? Can I just wegschmeißen? That's always next time. I suppose. Thank you. Yukiko seems relieved. Oh, big frog. What are you doing? Nanako. Ah, Nanako-chan. Well, I was just having him try my boxed lunch. Oh, I want some. I'm sorry but I can't give you any. It's not good. Oh, if you make a good one, will you let me have some? Hm? You should show if you want. Yay! I'm rooting for ya! Nanako-chan. Thank you. Thank you. I'll do my best, okay? I need to go now. I'm going to my chan's house. Bye. Be careful. Sorry to drag you around. I'm having fun. Just don't feed me again. I'm having fun. Really? I'm glad to hear that. Yukiko seems relieved. You can send the Yukikos relying on you. Your fear relationship has grown deeper. Power. Woooow. Frank 4. The Yukiko and Magisho's Limgridge. I rank 4. Your power to create Persona to a Priest Arcana. Yukikos's growth of Heart has affected her Persona as well. Divine Grace. Effect of Healing Magica increased by 50%. Oh, what? I weekend your fire resi- Das ist ja mega stark, holy shit. Holy shit! Nur die Baudi, die hier lebt, huh? Ich muss alles auf mein eigenes Leben machen. Alles? Ich sehe dich später. Du hattest Jokiko den Rest der Box, landete und ging nach Hause. Wir machen was mit Chia. So, just spend time at the evening with Chia. Spend time with Chia. Yeah, that's what I'm talking about. Chia seems happy. Oh yeah, final exams are this month. The battle against my mortal nemesis, Marth, begins again. People say it's easy once you have their formulas down, but if I could do that, I wouldn't have such a problem. Are you good at math, Ben-kun? I'm a math-magician. This is the enemy of mankind. I'm a math-magician. Wow, seriously? I wish I could swap brains with you just for the exam. Hey, could you tuto me if you have any time? I'm begging you, oh great and merciful Ben. Chia seems desperate. I can't wait to start making plans for the summer. Just think mountain hikes, the oceans, barbecues. You enjoyed your island chat with Chia. You feel your relationship with Chia has grown stronger. You feel your relationship with Chia could become stronger soon. Oh crap! How did it get this late? I better get home and start studying. Oh yeah, this is for you. From me to you. You received tater lungs from Chia. It's really good. You should have some while you study for your exams. Well then, let's go home. You walked Chia to her house and went home. Today is ocean day, so you have the day off. You wonder how the police investigation progresses and all you can do is wait for the results. What should you do today? I don't see you here very often. It seems Yukiko has some free time. We come closer soon. Yes, spend the day with Yukiko. Yukiko looks happy. Hat's mir wieder was gekocht. Junes, Junes food court. You accompanied Yukiko on her shopping trip. Notebooks, three colors of pens, loose leaf folder, labels at the stationery department. Then the furniture department. I want to look at the desk, those and the lamps. What's all this for? Studying! Yukiko is full of energy. I'm thinking of studying seriously for a job license. Though I haven't decided on exactly which one I'll pursue. But I was thinking of trying for all the ones I feel I can earn. I've started working at night. You see? Remember the job you told me about? Thanks to that I have some money. What? Well, if it isn't the manager of the Amagi Inn. Or should I say the manager to be. I see you haven't gone home yet. Well, I can't very well go anywhere until the next bus or train departs. This really is a boonies. Stuck here with nothing to do. Man, the countryside is dumps. They're back to differ. Turning down sweet dears is part of country life too, is it? Ha 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 ha. I'm sorry. Those people are from some TV station. They wanted to cover the Amagi Inn. You said no? Yes. Yukiko seems embarrassed. It's a news of the weird show. It isn't real journalism. You know that our inn was associated with Miss Yama and was murder, right? They wanted to make a special called Hot Springs getting too hot for the Amagis. It was an abhorrent title. Mother turned them away. But maybe she shouldn't have declined. I mean, if it gets a bad reputation, we'd lose customers and the inn really would close its doors. Then I'd feel better about leaving. Are you serious? I'm serious. Yukiko muttered darkly. But you're right. There's no real point in saying things like that. I'm leaving under my own power. My life is in my hands now. And of course I want to help everyone. You too. For being such a patient listener all the time. You can sense Yukiko's Iron Will. You fear that you are understanding Yukiko even more. Level up! Level 5 The Yukiko Amagi Social Link has reached level 5. Your power to create personas of the Priestess Arcana has grown. The automation in battle has been enhanced. Yukiko can now cure severe ailments during battle. Well, let's go shopping. First is the stationary department. Alright, let's go home! You helped Yukiko with her shopping and walked home part way together. Evening. Herent is model bound. Work table. You can work here. Make a model. Let's do it. And you decided to build a model. You silently assembled the complex pieces. Your diligence has increased. Oh! You almost cut off a piece that you weren't supposed to. The model is not complete. You can keep working on it later. Oh, die sagen ja nicht, wie schon lange es dauert, ne? D-D-D-Dim. Your first term final begins today and continue until the weekend. You should hurry to school. Ich denke, ich habe mich relativ gut vorbereitet. Ich habe ein paar mal gelernt dafür. Und ich habe auch so einen relativ hohen Knowledge Skill. Final day one. What is Moral? A reward, a desire to grow, cheerfulness in a group. Cheerfulness in a group. You feel you've chosen the correct answer. What sport is Hiking Dai? Baden Atten von Balance Beam auf jeden Fall. Anni was in a group of standards. Ich glaube, Balance Beam. You feel you've chosen the correct answer. You feel you've chosen the correct answer. Ich kann jetzt einfach in der Woche immer nur kurz schreiben. Finals day two. It is said, even Kobo made mistakes in writing. Which Kanji did he make a mistake on? Das ist das erste sein mit dem Punkt oben drauf. You feel you've chosen the correct answer. In which period did Japan first implement bonus pay? Ich glaube, es geht immer um die Meiji Era, oder? You feel you've chosen the correct answer. Ah, yes! On a row here. Wahrscheinlich dieses Feeling kommt schon vom hohen Knowledge Girl, dass ich direkt Feedback kriege. Finals day three. Which King in a deck of cards is missing a mustache? King of Hearts. You feel you've chosen the correct answer. Who said this? Man is but a reed. The most feeble thing in nature, but he is a thinking reed. Das ist klar. You feel you've chosen the correct answer. Finals day four. Which one of these is the name of a real river? Pee Pee Pee's River. Correct answer. What is the beginning of Gakumo no Susumu a reference to? The US Declaration of Independence. The last day of the Eximps. You answered every question with ease. The answers seem to be flowing from your hand. Yes! Könnt ne richtig geile Note werden. Könnt ne richtig geile Note werden. It's all... It's all over! Okay, ich muss nicht vorlesen. I'm so sleepy. Yuck! Don't yawn in my face like that! Hey, for the third question on the English Test, which phrase did you choose? Um... Oh, I went with used to. Oh, wrong again! So much for Chia going abroad. Heck, why leave Inaba? You have so much right here! You're so annoying! Yo... No more Encores. Wow! No more Encores! Whoa! More losers? What do I need to know English for? I can always ask for a translator. Wow! Loser was shot! Holy moly! How did you do, Senpai? Just you wait and see. I didn't get a single one. My pen was on fire. I do think it went well. Your courage has increased. Wow, you're amazing. Enough about the exams already. What's going on with the murder case? Hm. Why don't we head to our special headquarters? We haven't been there in a while. You decided to get together at the Juness food court. Hm... So... We gotta sit on our thumbs. We gotta sit on our thumbs. We're crying out loud. It's nice to have a suspect, but where the hell is he? Wir sind hier am Ende unserer Runde. Ihr Leute, hörst du, was ich gesagt habe? Dieser Fall ist so gut wie geschlossen. Keine Angst, Kinder. Es ist nur ein Teil der Zeit, bevor wir den Suspekt in bringen. Ich meine, die Leute kündigen Leute an random und schlauern sie. Wir werden nicht resten, bis wir sie zur Justiz bringen. Ich muss gehen. Jetzt bin ich wirklich überrascht. Auf der anderen Seite, wenn die Polizei eine Suchwarnung für den Mann haben, sollten wir davon bleiben. Ja. Oh, äh, ich erinnere mich. Es gab eine Frage auf dem Examen, die ich nicht bekommen habe. Ich glaube, es war die Chemikalformula HCHO, die benutzt für Silvermirreaktionen. Seine 40%-Soluzierung ist wie Formalin. Und die Frage war, was ist HCHO? Also, Wasserstoffperoxid? Es ist kein ... ... es ist kein Acid. Fomaldehyd Ich glaube nicht, dass es eine Säure ist. Fomic Acid, Ascorbic Acid, Fomaldehyd Was ist denn die Basis? Ich sage einfach, keine Säure. Da ist kein HO hinten. Oh, ich sehe. Ich habe Acidic Acid. Duh, natürlich könnte es nicht Winniger gewesen sein. Hey, du hattest auch diese Frage, nicht wahr, Kanji? Hör auf. Und nicht mich mit meinem ersten Namen nennen. Wow, ein bisschen hoher, nicht wahr? Ich habe gehört, dass du eine Nosebleed bekommen hast, als du mit unserem Senpai warst. Hey! Wer darüber lacht? Äh, sowieso. Riese-chan, warum hast du nicht, Yuki-Ko, um dich zu studieren? Hm? Ich glaube, aber würdest du lieber zu fragen einen Senpai des anderen Sexes? Warum, Riese? Warum? Senpai, ich bin nicht eine Nussanz für dich, bin ich? Verdammt. Diese Frau ist gefährlich. Ja. Aber wir ändern uns das Thema. Hey, hast du eine Idee, wie Teddy arbeitet? Oh, ja, ich habe es vergessen, zu dir zu erzählen. Schau dir das an. Ja, Robert ist Maskottchen. Ich lasse ihn in meinem Platz bleiben. Zurück ist er jetzt unser offizielles Stor-Maskott. Ah, also er schiebt in plainer Sicht. Reverse Psychologie, hm? Mann. Er sieht wie ein glücklicher Bär. Er sagte immer, dass er nicht zurück will. So habe ich ihm einen Deal gemacht. Jetzt, da ich nichts besser zu tun habe, werde ich ihn schocken. Oh, ich will auch gehen! Kann ich... ...mehle sein soviel? Hey Senpai? Hm? Jetzt, dass ich den Händen von der Schule bekomme, möchte ich mehr raus gehen und die Seiten sehen. Aber ich kenne mich immer, woher ich gehe, also ich bin ein bisschen nervös, wenn ich alleine raus gehen. und du siehst wie der Typ der Mann, der alle coolen Spiele in der Stadt kennt. Ich zeige dir um, wenn ich Zeit habe, ich weiß ein paar Plätze. Ich zeige dir um. Wirklich? Wuhu! Du siehst Rieses natural easy Freundlichkeit. Du fühlst eine feindliche Verbindung zwischen dir und Riesel. Alia Luxeli! Ah, lovers! So are I, I'm done! Alia Luxeli! Und danke für den 25. Monats Support, Mann! Das ist echt lange! Danke dafür! Und wir haben gerade wieder den Social-Link gekriegt. Und guten Morgen! Ja, ich habe längere Zeit wieder gedacht, ich kann wieder früh streamen. The Lovers Arcana! Okay. The battle has been enhanced. She will not cheer you on during all our attacks. When performing in all our attacks, there is a chance that Riesel will encourage your party to deal even more damage. Okay. If you ever have some time to kill, think of me, okay? Now come on, let's go pester Teddy. Let's go! Teddy! Hey! Wie geht's dir, Xili?